Während des Planungsprozesses kann mit der Datenvisualisierung auf der Konstruktionsebene jederzeit die Richtigkeit des Modells grafisch in Echtzeit überprüft werden. Öffnen Sie die Datei 11.datenvisualisierung.vwx Klappen Sie in der Darstellungszeile das Einblendmenü der Datenvisualisierung auf und klicken Sie auf Datenvisualisierung anlegen. Geben Sie den Namen Türhöhen prüfen ein. Klicken Sie auf den Knopf Filter bearbeiten. Im erscheinenden Dialogfenster Filter wählen Sie aus dem Listenfeld Objekttyp. Wählen Sie im dritten Filterfeld die Objektart Tür und klicken Sie auf OK. Unter Ändern wählen Sie Objekte mit Objekteinstellung. Als Objekttyp wählen Sie Tür und als Objekteigenschaft Öffnungshöhe. Nutzen Sie dafür die Filterzeile. Weisen Sie durch Klick auf den Knopf Auto Farbe den Türhöhen unterschiedlicher Farbwerte zu. Wenn Ihr Modell jetzt grau bleibt, kontrollieren Sie, ob in den Einstellungen für die Darstellungsart OpenGL Farben anzeigen aktiviert ist. Die Öffnungshöhe der im Modell rot eingefärbten Tür korrigieren Sie nun in der Informationenpalette. Setzen Sie die Höhe auf 2 Meter und 1 Zentimeter. Öffnungshöhe der innen